Wo nichts vertrauenswürdig ist. Das habe ich schon. Du möchtest aber die Liebe spüren, du möchtest ein Herz aufmachen, aber wenn der so ist, wie er ist, und wahrscheinlich wieder so sein wird, wir haben ja unsere Erfahrungen damit, dann ist es gescheit. Ich muss jetzt schon aufpassen, weil es teppert wohl nicht alle Zeit. Ich blöde Vertrauen und dann auf die Kuscheln fliehen. Das ist auch nichts. Jetzt musst du aber das Vertrauen selber, dieses unglaubliche Ding. Vertrauen heißt, dass du dich nicht... Das ist etwas ganz Großes da drinnen. In dem Satz ein Wort, dann spürt man das. Auf einmal machst du zu weit, und dann merkst du, das ist es. Und jetzt kommst du und sagst, das kann ich eh nicht. Das ist so schwer. Das kann ich nicht. Ich möchte gerne, aber ich kann nicht. Dann setz bitte den Fokus dort hin, wo du möchtest. Und frag dich. Das spricht ja nicht so etwas über. Es ist nicht so, dass wir das sofort kennen. Aber ich möchte es gerne können. Ich möchte es einmal total spülen können. Diese Größe, diese Freiheit, das zu tun. Und dann wird es auf dich kommen. Es wird auf dich zukommen.